Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film der Familie Lacky. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Lisa hat heute etwas ganz Schräges beobachtet, nämlich zwei Diebe, die etwas getan haben. Schaut selbst, viel Spaß! Endlich angekommen und hier werden wir den Geldautomaten sprengen. Oder wir knacken ihn auf, eins von beiden. Die Luft ist rein. Okay, ich nehme zuerst das Brecheisen. Denn ein lauter Knall, das würde alle wecken. Komm, wir probieren es mal. Aber die Flasche hole ich auch schon, okay. Denn lass mich einmal ran. Da ist bestimmt fette Beute drin. Oh, ist das schwierig. Das schaffe ich nicht. Okay, dann kommt der nächste Trick mit dem Gas. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Das soll super, super klappen. Aber ganz gefährlich soll das sein. Verdammt, die Flasche ist leer. Aber das sollte reichen. So, jetzt gehen wir erstmal in Deckung. Ich bin schon ganz geschont, ob das funktioniert. Das hat funktioniert. Yippie, wir sind bestimmt ganz, ganz reich. Wow. Das ist ja gar nicht so viel Geld. Aber komm, das sacken wir erstmal ein. Und dann nichts wie weg hier. Aber es hätte ja ein bisschen mehr sein können. Mann, Mann, Mann. Was war das denn? Was war das denn? Ah, da waren es zwei komische Typen. Die waren das bestimmt. Was ist denn mit dem Automaten los? Ach, ich muss sofort die Polizei anrufen. Hallo, ich habe gerade was riskantes gesehen. Nein, kommen Sie bitte schnell. Machen Sie eine Absperrung. Ja, Lisa, ich habe verstanden. Wir werden sofort die Straße sperren. Danke, danke, danke. So, hier kommt keiner durch. Na, wartet. Könnt ihr schon was sehen? Nein, noch nicht. Okay, passt gut auf. Die kommen mit einem roten Jeep. Zwei ganz schlimme Ganoven. Also, seid vorsichtig. Und notfalls auf die Reifen schießen. Alle Mann auf die Reifen schießen, damit es anhält. Super gemacht. Der Wagen ist zum Stehen gekommen. Hände hoch. Aber ganz schnell. Ihr seid umzingelt. Ich will eure Hände sehen. So ist gut. Nein, die Hände wieder vom Steuer runter. Ihr seid verhaftet. Ihr wurdet gesehen, wie ihr den Geldautomaten gesprengt habt. Am Einkaufszentrum. Umstellt das Auto und schaut, ob hinten irgendwie was zu sehen ist. Und die Hände bleiben oben, habe ich gesagt. Wir wollen immer die Hände sehen. Ja, ist schon gut. Wir sind doch nicht doof. Wir lassen die Hände jetzt oben. Hier hinten auf der Ladefläche liegt ganz viel Geld und eine Propangasflasche. Damit haben sie bestimmt den Automaten aufgeknackt. Kommt jetzt mit erhobenen Händen heraus. Ganz langsam. Aber wir sind doch unschuldig. Was sollen denn die Handschellen? Lass uns sofort wieder los. Von wegen unschuldig. Ihr wurdet beobachtet. Und nun werden wir euch trennen. Du kommst mit uns zum Hubschrauber. Wir werden dich in das nächste Polizeipräsidium fliegen. Und für dich geht die Reise sofort ins Gefängnis. Wir fahren aber mit dem Bus. Dort kannst du mit einem Anwalt sprechen. Aber der holt dich bestimmt auch nicht raus. Du musst das Mädchen sein, das uns angerufen hat. Nur dir haben wir es zu verdanken, dass wir die Räuber so schnell gefasst haben. Vielen, vielen lieben Dank. Ach, bitteschön. Das war ja kein Problem. Ach, du bist aber so süß. Das ist Schnuffi, unser Polizeihund. Aber das ist nicht deine Belohnung. Aber eine Belohnung wirst du noch bekommen. Was für eine Belohnung? Naja, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst uns einen Daumen nach oben. Abonniert gerne diesen Kanal. Und freut euch auf weitere Videos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Lisa. Tschüss. 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 S professionals. Ruf fürsends nelly. Tschüss. 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 Kann die die Kamera hopeless. 근 sulle. Und wenn die. Tages sous.